Kurz vor Promi Big Brother gießen Peter Klein und Yvonne Wölke neues Öl ins Feuer. Mit ihrem aktuellen Song fragt nicht wann heizen die beiden ordentlich die Gerüchteküche an. Blaues Meer, weißer Strand, malerische Häuser. Peter Klein und Yvonne Wölke durteln in Peters neuem Musikvideo wie ein frisch verliebtes Pärchen. Ein Lächeln, zarte Berührungen. Die Zeilen könnten nicht eindeutiger sein. Peter Klein, geht das wirklich gut mit uns zwei? Auch wenn die Bilder von Peter Klein und Yvonne Wölke nach dem Dschungelcamp am Flughafen eine deutliche Sprache sprechen. Bei das große Promi-Büßen behauptet Yvonne nach wie vor felsenfest, dass da nie etwas zwischen ihr und Peter gelaufen sei. Iris Klein hingegen stellt klar, Peter habe längst alles gestanden. Nun scheint es, als wolle er die These seiner Ex-Frau mit einem neuen Song untermauern. Du und ich, geht das wirklich gut mit uns zwei? Trellert Peter vor der malerischen Kulisse Mallorcas, während sich Yvonne und seine Hände leicht berühren. Frag nicht wo, frag nicht wie. Du brauchst nur ein bisschen Fantasie, geht es im Refrain weiter. Viel Fantasie brauche man laut Olivia Jones nicht, um eins und eins zusammen zu zählen. Für die Dragqueen ist die Sache klar, Yvonne habe sich an Peter Reigns schmissen, um endlich ins Fernsehen zu kommen, wie sie ihr bei das große Promi-Büßen vorwirft. Als Beweis für ihre Sucht nach Fame spielte die Moderatorin eine alte Sprachnachricht von Yvonne ab, in der diese förmlich danach bettelt von Olivia in Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die Stunde danach interviewt zu werden. Frag nicht wie, frag nicht wo, setz dein Herz einfach auf Risiko, lauten die Zeilen in Peters Song, die Yvonne anscheinend umgesetzt hat. Auch Peter scheint die mediale Aufmerksamkeit zu genießen. Denn ohne das ganze Drama wäre er möglicherweise jetzt nicht bei Promi Big Brother dabei.